Der andere Strand, der 20 Kilometer weiter ist, fährst du nämlich auf der Straße, bis zum Strand. Wie weit geht es jetzt auf hier? Ja, das weiß ich eben nicht. Achso, du weißt die Straße nicht, wie weit die jetzt so reinführt. Nö, ich weiß ja nicht genau. Hier war früher mal so ein kleines Dorf von den Hummerfischern. Die haben immer so rübergehende Träfer gehabt, wenn die Saison hier war, dann haben die da gewohnt. Da hast du ja keinen Allraads drin. Nö. Das dreh sich relativ durch. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Den Notfall will ich aber sehen. Aber das wäre nur der äusserste Notfall. Sollte Stuttgart Sorry, we thought it's going to the beach, yeah? Oh, is that access to the beach? Alright, okay, thanks. We have to go to the beach in it's a bit of a fair amount of snow. It's a little bit of a little bit of snow, but it is a bit of a space for you to move these cloudy and dark. Now it's got a big part of the beach and there's a lot of snow. The beach is beautiful, the highway is a little bit of snowy. It's a little bit of snow, but it's a bit of snowy. It's just a little bit of snowy, when we get to the beach. Here we go. Es ist ein bisschen zu verraten, aber es ist ein bisschen zu verraten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.